Und damit ein herzliches Willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren und neuen Folge von Minecraft. Ja, so, wir sind noch immer hier auf unserer Burgmauer. Und ja, in der letzten Zeit ist nicht viel an Videos gekommen. Das liegt leider daran, dass ich viel um die Uhren habe, viel arbeiten muss. Dementsprechend wenig Zeit, um hier irgendwas zu machen. Und dann muss halt die Videomacherei hinten anstehen. Aber ich bemühe mich, dass wir das auf jeden Fall wieder in den Griff kriegen. So, wir sind ja von unserer Höhlen-Tour das letzte Mal wiedergekommen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben soweit schon alles weggelegt. Jetzt schauen wir mal eben. Da sind schon wieder die Zombies. Die Mauer müssen wir noch fertig machen. Dass wir uns auf jeden Fall schon mal die Steine holen. Hallo. Hallo. So. Das sieht schon mal, das sieht richtig cool aus. So, wir müssen Steine haben. Steine. Hatte was? Steine. Wir haben noch 17 Punkte. Dann könnten wir... Schaf 1. Das können wir, glaube ich, gar nicht. Aber das könnten wir hier machen. So. Wow. Taka. Wow. Alter, was geht denn jetzt ab? Cool. Gucken wir mal, können wir hier noch was machen? Nein, geht nicht. Schade. Einmal verzaubert ist leider vorbei. Aber dafür haben wir jetzt hier effizient zweiehalb. Wow. Geil. Okay. So. Wo sind unsere Steine? Hier. So. Jetzt nehmen wir erstmal was mit. Düp, 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 düp. So, das sollte erstmal reichen. Ich vermute. Warte. Warte. Ich vermute mal. Wir brauchen auch Erde. Erde. La, 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 Erde. Haben wir noch einen 64er-Block Erde? Da sind nur 16. Gucken wir mal hier weiter. Äh, da. Den nehmen wir mit. Ähm. Damit wir uns hochbauen können. Und dann werden wir erstmal die Burgmauer hier fertig machen. Schupp. Rein hier. Okay, 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 okay. Warte mal, wie weit sind wir nicht hier gekommen? Da haben wir das. Okay. So, dann fangen wir am besten hier hinten in der Ecke an. Oh, oh. Dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. So, das sieht gut aus. Jetzt gehen wir uns erstmal hier hochbauen. Schwupp. Ding. Ach so, am Blick, am Blick. Wir nehmen uns erstmal das Schild raus. Das brauchen wir jetzt nicht. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Dann machen wir hier ein, ne? So. 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 Hihi. So. Zack. So. Zack. Ja, das geht doch richtig gut. Ui. Da wird man ihm schlecht beim Springen, aber ist ja egal. Ui. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da haben wir nur einen gemacht wollen. Ja. So, dann hätten wir das. Dann müssen wir nur noch dann uns hier einen Gangrings herum bauen. Ui. Mal gucken, ob wir das schaffen, bevor es dunkel ist. Ich glaube eher nicht. So. Aber das sieht doch gerade nicht mal so übel aus, oder? Okay, das ist doch schön. Dann können wir hier nämlich noch jede Menge abtragen. Und machen uns da das so richtig schön sicher. Und wir müssten... Oh, es wird dunkel. Ich habe es geahnt, dass es wieder dunkel wird, bevor wir fertig sind. Ah. Denk mich doch nittisch. Okay, wir reden jetzt ein bisschen mehr. Ne, wir schaffen das. So, zack, zack, zack. Und los geht's. Das könnten wir schaffen, bevor es dunkel wird, dass wir das hier fertig haben. Ich hoffe es mal. Aber die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen. Deswegen bauen wir mal auf unsere Schnelligkeit. So, 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 so. Nur nicht abstürzen. Zack. Wupp, wupp. Und wupp. So, das hieße, wir hätten... Wow, wir haben das auch fertig. Sehr schön, sehr schön. Jetzt stürzen wir ins Tiefe. Von hier. Oh, ja, das sieht cool aus, ne? Geh das, das sieht doch mal richtig. Werte, man muss mal eh was essen. Oh, haba, haba. Haba, haba für den Papa. So. Das gefällt mir. So, dann haben wir das soweit schon mal fertig wieder. Dann machen wir hier auch mal. Da mal eine Fackel hin. Hier überall Beleuchtung hin machen. So, das sieht richtig gut aus. So, dann können wir jetzt gucken, wir haben noch genug Eisen, ne? Warte, 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 wir müssen aufgucken. So, warte mal, wir haben ja hier jetzt Chubi-Chub. Wow, das ist ja mal eine coole Aussicht. Äh, so. So, 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 so. So, coole Aussicht. Jetzt habe ich gerade eben den falschen Knopf gedrückt. So, was ist mit unseren Öfen? Zwei Gold. Wow, 36. Cool. Da ist nichts drin. Und 64. Das hieße, wir könnten uns auf jeden Fall neue Eisengitter bauen. Und eine Runde schlafen gehen. Gute Nacht. So. Dann haben wir die Nacht wieder hinter uns. Werte Spitzhacke haben wir. So, jetzt gucken wir mal eben hier. so hat dann könnten wir nämlich rein theoretisch erstmal den turm noch fertig bauen 42 so nehmen wir mal 32 stück mit oder ja das reicht da können wir noch ein paar neue hinter machen bevor wir zu viele haben das wäre jetzt nicht ganz so lustig ok wir mal gucken hier in der seite haben wir die gemacht 1 2 3 ok 1 2 die dritte 1 2 dritte und höhe 12 also das war mal die erstmal warte mal 12 12 der dritte hatte mal höhe 2 1 2 und dann hier und wie lange haben wir nicht gemessen wie lang weil die gemacht haben drei stück ok drei stück hoch und zwei breit war das kann das sein oder nur ein breit ist nur ein breit ok ok das ist ok sowohl sind unsere gitter dahin ziehen und tun wir den stein war eben ja so jetzt wollen dasselbe die auf der anderen seite 1 2 so so dann hätten wir das nämlich auch schon mal das ist mir noch ein höher gehen gleich das haben wir auch auf der rückseite auch ein weis gemacht muss man eben schauen ja wir haben auch 22 222 gemacht und nach vorne hin wir gehen mal eben hier raus da haben wir auch irgendwas gemacht wir wachsen die blumen und es ist ja auch mal richtig geil aus schön so willkommen ok wir haben jetzt erstmal das dann mal würde ich sagen wir machen die fenster dann drüber noch diese pause viel platz haben wir dazwischen 12 blöcke platz ok das kriegen wir glaube ich soeben hin da können wir eben hier das weg machen sollte nehmen wir mit die erde sondern dann würde ich sagen wir machen hier jetzt mal schnell noch ok dann gucken wir mal 1 2 platz 1 2 3 so zack 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 perfekt so haben wir den ersten bub 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 b ok dann machen wir den nächsten hin nicht reichen oder 12 platz 123 so so fertig so dann hätten wir die seite auch fertig sehr schön das sieht auch richtig gut aus da müssen wir nur noch gucken wir müssen noch hier glaube ich in der war das ist der ja da müssen wir noch die druckplatten reinbauen das machen wir auch noch eben schnell hatte wir haben nur noch ein holz super geht nicht gut dann müssen wir eben auf der rückseite schauen ich glaube das ist an dieselben maße zwei an den damen von da und ein ok zwei hohen einander seite frei ok das kriegen wir noch hin da machen wir die seite auch noch so schön so oder 123 schwupp und hier ja das ist natürlich jetzt hier richtig super da müssen wir gleich mal gucken wir hier die mauer direkt ist scheiße falsch gebaut da ist noch ein am blick wir müssen noch mal gucken wie viel platz zwischen den zwei teilen ist weil wir ja die mauer daran gesetzt haben das zwei jahr zwischen platz okay das kriegen wir glaube ich noch hin dann werden wir das nämlich auch noch eben fertig machen dann haben wir das aus dem kopf so so geht das nicht und da machen wir uns hier auf jeden fall noch die trittbretter des lebens nein platten rein zwei frei da kommt er genau hier hin okay so dann machen wir hier noch die gitter hin wenn schon wenn schon okay das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus dann müssen wir auf jeden fall noch höher gehen dann schauen wir noch mal wie viel platz wir dazwischen haben wir laufen hier mehr ringsherum und messen ab als wir im hauptwald waren aber egal da sind zwei platz zwischen zwei blöcke platz dann hätten wir das so weit aber fertig da machen wir nach vorn auf jeden fall keine gitarre das ist blödsinn sieht man sowieso nicht dann lassen wir das nehmen wir setzen uns den blöcke in die mitte für mich beide fenster machen als zwei platz da hatte man das ist das 12 abholen so geht es Perfektomat! So, dann hängen wir das nämlich soweit fertig.